Hallo und willkommen zurück zu Let's Play You Deserve. Yo, wir sind immer noch im Haus. Ich habe... Alter... Nein, was soll das hier? Ja, 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 ja. Hier gibt es kein Licht. Hashtag kein Licht für Crasher. Oh, das wird da ja richtig. Dieser Schlüssel passt. Ich sage gerade, was sind das für Schritte, aber hier läuft gerade nur jemand durchs Haus. Alter. Nein, nein, nein. Meine Lieblingswörter übrigens in dem Spiel hier. Alter und fick dich. Und ficken und fuck eigentlich... Eigentlich fuck in allen möglichen Wortvariationen. Ich mache die Tür mal eben zu. Ah. Es gibt also wieder ein Rätsel. Reiner Zufall Ein Speicher Wo sind wir denn hier? Es ist so dunkel hier Nicht mehr Okay, die gehen auf Ich würde gerne so ein Messer da mitnehmen Wieso können wir die Sachen eigentlich nur mitnehmen Und nie kontrollieren? Your inventory Object name Hammer Description Hammer found in the kitchen Ja, schön 0810 Die sind wir hier vorne reingekommen Durch irgendwelchen Luftschacht Aber ich habe die Befürchtung, dass da irgendwas steht Und uns furchtbar erschrecken wird Gut, ich will Ja, Speicherpunkt, wir sinds in der nächsten Folge Nein Wer hängt sich denn bitteschön ein Bild von einer Kellertreppe auf? Echsemeister Krischer am Werk Wollen wir mal die Schubladen noch offen? Ich hoffe, das ist die Kombination Ein Schlüssel So, I can't stand it anymore The noise started last night, yet I can't make it stop I feel weak I feel trapped I don't remember images Only smells Sounds Flesh order Metal order A strong smell that never ends Are you Zeus? Was are Zeus ringing bells? An alarm noise bursted into my head And damaged me That sound woke something up inside me And I am not alone I have you And that is all I need Because I need a friend to talk to The others didn't last long But you Amy You are different My best friend We will have a great time Ja Ich nehme an, dass wir die Amy sind Und So, wir haben ja jetzt noch einen Schlüssel Da geht's nicht weiter Aber oben war ja noch eine Tür, die verschlossen ist Fick dich Ich will aus diesem verdammten Haus raus Und ich renne da so rein Holy Madison Aber Sie kann das Verzweifeln Fick dich Ich muss aus diesem verdammten Haus raus Ja Get out of the Haus Okay If an evil Oh, warte, ich mach mal so Dann kann man es besser lesen Jo If an evil spirit is after you You must find the following three important objects to get rid of it A holy cross to scare it away An evil object to invoke it A spirit's personal and loved object Okay, wir müssen jetzt wohl drei Dinge finden nachher dann Ja, war da jetzt so ein Schlüssel drunter? Nee Das ist schon die zweite von den Puppen, die wir nehmen konnten Ich hoffe, die bewegen sich nicht We are sorry, dear Your mother and I can't stand this a second time We moved without you We look at you every night in your room In the Hazels in the house Hazels? Was ist Hazels? Ich weiß es nicht In the house We don't believe it is you Those sounds, that lost looks Those eyes They are not yours And we need to get rid of everything and move on We couldn't move on Since that happened to your brother And everything got really complicated If you are still there We hope that somebody you can find peace We love you, your parents Even my parents abandoned me? Ja Auch deine Eltern Du geisteskalte Schlampe Wir sind hier wohl jetzt eingesperrt Ich dachte Ah Da gehen wir nicht durch Was passiert Was passiert Okay, es bleibt bei dem romantischen Kerzenlicht Ich will mal was gucken Kommen wir Okay, die Tür ging zwar zu Aber wir kommen hier theoretisch auch wieder Okay, ich dachte wir sind gefangen Und wer hat die Puppen die Köpfe umgedreht? Weil zumindest den Kopf Übrigens Übrigens Ich muss was für die News tun Busen 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 Wieso läuft da die Tischlampe eigentlich so nicht mehr gegen Na ja egal Prost 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 Und hier noch irgendwas machen? Ne Der ist nur Deko Hier Riechen da jetzt durch Ich Viele von den Puppen müssen wir eigentlich finden On Ihr habt da One falsch geschrieben Wieso? Wieso? Das ist nicht klar Entschuldigt Der hat auch da aufs Haus Können wir einfach so raus? Können wir das einfach so verlassen? Ja Die hacken halt hier wieder Ich wusste Ich wusste ja Ich hab ja gehört dass sie da ist Aber ich wusste nicht von wo sie jetzt kommt Ah da ging das Fenster auf Okay Warum auch immer Warum auch immer Was ist das denn da? Hm Was ist das denn da? Krass, komm mal Xavier Garcia, Daniel Lee, Chris Carter Im Grunde fehlt es nur noch einen Brief oder beziehungsweise eine Notiz Mein Problem gerade ist ehrlich gesagt Wir haben hier alles Fällt der doch raus Ich bin gerade so tierisch nervös Ich habe das Gefühl Ich mache jetzt einfach mal alle Fenster noch mit auf Ich habe echt das Gefühl, dass meine Stirn gerade tierisch anfängt zu schwitzen Wir sollen aus dem Haus, aber Müssen wir jetzt wieder irgendwo irgendwas übersehen haben Jetzt vorher gucken, welche Puppe wir bekommen haben Hätte ich mal machen sollen Ich habe jetzt dummerweise auch die Kombination vergessen Okay, doch nicht Und wieso kommt jetzt die Mutti nicht mehr hier? Irgendwie das Licht Da sind noch Fenster Cooles Regal eigentlich Ich habe gedacht, das wäre jetzt die Puppe, die wir hier jetzt irgendwie untouchen können Ich werde meine Stirn, welches Pinsley-Harris ist jetzt glaube ich neu, ne? Mami? Na, leck mich doch! Wissen wir denn jetzt? War hier nicht... sich da rumverändert? Wie auch immer soweit oben Schubladen hat, ich kann es mir nicht erklären. Was hat das mit den Puppen auf sich? Ist das ein Voodoo oder sowas? Jetzt mal hier gucken... Ah, okay, das ist... Keine Ahnung, ob das was bringt, aber ich find's merkwürdig, dass man hier alle Fenster halt so öffnen kann. Und dann kannst du da trotzdem nicht rausklettern. Ja, ja, das kennen wir ja. Irgendwas wurde grad irgendwo aufgeschlossen. Oder abgeschlafen. So. 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 Ist das vielleicht jetzt ein Bug oder sowas? Was ist das? 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 Sie beschissen im Fenster, verdammt. Florent Clark Warte mal, sind hier vielleicht die Todesarten dargestellt, hier geköpft, da fehlt ein Bein, wie vom Zug überrollt oder vom Auto oder LKW, was der macht, keine Ahnung, die hält sich dem Bauflecht, ist die vergiftet worden oder sowas, das sieht aus, als hätte er eine Waffe in der Hand. Warte, ich jetzt probiere, wie hier rauskommt. Reiß das Ding doch einfach ab, als ob es in dieser Bruchbude einen Unterschied macht. Scheinbar fehlt uns noch eine Puppe. Ich denke mal, das wird sein, dass uns hier wirklich die letzte Puppe fehlt. Was ist das mit dem Radio aus sich? Ich will doch nur hier raus. Ich hasse es, wirklich ewig rumzuhängen irgendwo, besonders wenn die Atmosphäre so hier so ist halt. Und wie ist das mit dem Radio aus sich? Ich weiß jetzt, dass ich wieder kein Licht kenne. Nö, nö, nö. Aber die Hand, das war ja, die war hier, ne. Ich hab keinen Bock mehr. Ich mach jetzt auch Suizid hier. Nö, wir können ja nicht springen. Jetzt waren wir aber wohl definitiv überall. Es ist nichts mehr da. Ja, jetzt sind denen gewesen, wenn da wieder was drin gewesen wäre. Was haben wir denn vorhin noch gemacht, dass hier die Mutti kam? Ja. 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 Jungs. Ja. 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 Tücher. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oder Peterson Noch immer nicht raus Vielleicht müssen alle Fenster gelassen sein oder sowas, ich weiß es nicht Zieh der Speicherpunkt auch weg gut gut Ich habe gedacht, vielleicht kommen wir jetzt Ich habe sie vorhin im Kopf sich noch falsch genommen Ich bin ein richtiger Junge Nein, bist du nicht Meister Geppetto hat dir vergessen, einen Penis zu schnitzen Ich bin ein richtiger Junge Und weil kein Killer da ist, mache ich einfach mal ein bisschen Das ist eine Pop-Show Irgendwas müssen wir ja übersehen Sollen wir das Licht vielleicht wieder ausmachen, bevor wir das Haus verlassen Hier ist noch ein Speicherpunkt Jetzt nicht mehr Egal, ich würde sagen, wir sehen uns in einer anderen Aufnahme wieder Bevor ich hier ewig rumdüppel, rumdampel und hast du dich gesehen Und ja, das ist Wir sehen uns in einer neuen Folge wieder Ich danke euch fürs Zusehen Und hoffe, dass wir in der nächsten Folge dann die Lösung finden Und ja, bis dahin Tschüssi